Hallo liebe Rentschportfreunde, hier sind wir wieder bei unserer Tippsendung für die Pferde, für die Galopper oder Traber, in welchen Ländern auch immer. Wir sind für Sie da und geben unsere Tipps. Bewerten können Sie natürlich diese Rennen alle bei onex2.com. Dort haben Sie natürlich auch den Frankreich-Stream sowie auch den Südafrika-Steam oder unsere Audio-Inhalte Frankreich-Irland. Ja, es geht wieder los, die großen Rennen in Frankreich, vor allem die Traber sind wieder am Start. Da kommt ja das Nach-Meeting nach dem Pröde Amaric, sind jetzt wieder die großen Rennen, die Nachfolgerennen am Start und wir haben auch das Hauptereignis am Sonntag im Mittelpunkt. Aber wir schauen zuerst mal auf den Samstag. Da haben wir Can-Sumir und Van Sen am Start und da habe ich mir ein Rennen rausgesucht und zwar ist das im Galoppen in Can-Sumir, das ist das zweite Rennen der Karte. Um 14.15 Uhr ist das Rennen angelegt als zweites Rennen, aber bei uns als drittes Rennen. 14.15 Uhr, wie schon gesagt, Kurs A, 37.000 Euro, die Dotation über 2.000 Meter und hier sind sehr, sehr starke Pferde am Start. Sechs an der Zahl, der Favorit wird wohl die Eins werden, Mobaco aus dem Stall von Rossi. Blondel ist der Reiter hier und dieses Pferd hier eigentlich super Form gezeigt. Marseille viermal gelaufen, viermal gewonnen. Wenn es dann nach außerhalb Marseille ging, dann hat er dann immer verloren. Aber das letzte Mal fünf Längen, ein Listenrennen in Marseille, das sah sehr, sehr stark aus. Natürlich mit dem Jahresstart ein Nachteil, muss natürlich für diesen Sieg auch Gewichtszollen 59 Kilo hier. Ja und Gegner sind natürlich reichlich, da Espero aus dem Stall von Roger, der ja sowieso gut in Fahrt ist im Meeting. Joris Menni, dieser Ball auch. 42, Valoe hat dieses Pferd. 35, so etwa die Quote zwischen 30 und 40. Wird's geben, hat Belanus geschlagen, danach nochmal nachgewonnen. Also dieses Pferd bestens in Schuss. Auch natürlich hier wieder der Saisonstart, aber man wird wohl wissen, dass Roger seine Pferde in Topform rausprägt und auch dieses Pferd Espero. Dann haben wir noch ein Pferd Force of Darkness. Ein irisches Pferd hat in Bellistown gewonnen. Danach ging es nach Frankreich, hat auch gleich dort siegreich das Debüt gestaltet. Aber bei diesem Pferd ist man noch nicht so ganz überzeugt. Sind ja ganz starke Pferde hier am Start. Aber natürlich Augustin Normand, der Besitzer und Grigory Benoit. Die Kombination ist ja sehr, sehr stark in den Statistiken. Dann noch die zwei. Sanois, das ist eigentlich mein Pferd. Wenn man das Rennen letztes Mal gesehen hat, dann würde man auch sagen, dieses Pferd ist eigentlich ganz andere Ware. Auf Sand gewonnen. Jean-Pierre Gauvin, der Trainer hier sowieso in Form, hat ja auch Partia C in den letzten Monaten gewonnen. Ahamelin, der Reiter. Und das Pferd ist für mich ganz andere Ware. Also die zwei Sanois und dahinter die eins Mobaco. Dann zu den Trabern am Sonntag. Da gehen wir an das fünfte Rennen, den Prix de la Marne. Ein Group 3 Rennen, ein internationales Rennen. Zwölf Pferde hier am Start und einige Überraschungspferde. Zum Beispiel Rohling Deripree. Der hat ja den Amaric ausgelassen, um in dieses Rennen reinzugehen. Ja, die Saison war durchwachsen. Letzte Saison hat er ja noch. Reddy Cash war ebenbürtig, aber in dieser Saison hat gar nichts geklappt. Saß ja immer Christoph Martens drauf. Jetzt sitzt Mathieu Abiva drauf. Und der ist eigentlich genau in das Rennen reingemanagt worden. Also wenn er dieses Rennen nicht gewinnt. Welches dann? Gegner sind natürlich einmal Reif de Beilev. Der hat ja am Amaric-Wochenende ganz enttäuscht. War dort nur fünfter. Da hätte man schon mehr erhofft. Eric Raffon sowieso mit Roxane Griff. Der ist ja auch ein Corato-Pferd. Lief super. War zweiter am Amaric. Also Reif de Beilev wird gut im Schuss sein. Vier Eisen runter. Also das Pferd wird weit vorne lassen. Paris-Aufour. Der Geldstrang in dem Rennen. Auch knapp 800.000 Euro Gewinnsumme. Das Pferd natürlich sehr, sehr stark von der Klasse her. Aber die Formen waren noch schlechter als bei Roland Deripree. Das würde mich schon wundern, wenn der weit ist. Queens Glory sowieso immer angesprungen. Quillon de Châtelet hat gut ausgesehen. Aber ist dann auch noch angesprungen. Letztes Mal im Reiten. Also für mich Roland Deripree nach der Klasse her ganz andere Ware. Der muss doch mal hier gehen. Reif de Beilev wird der Gegner sein. Aber Mathieu Abiva wird dieses Pferd nach Hause fahren. Im fünften Rennen die Elf Roland Deripree. Ja und jetzt zum Hauptereignis. Das sechste Rennen der Prix Ile de France. Ein Reiten über 200.000 Euro. 2.175 Meter die Distanz. Und hier gibt es ein Wiedertreffen vom 1. und 2. des Cornuliers. Quif de Villeneuve gegen Safety Quick. Mathieu Abiva gegen Raffan. Und Sie haben richtig gehört. Mathieu Abiva sitzt auf Quif de Villeneuve. Denn der junge Reiter Les Bourgeois ist runtergegangen und hat sich auf die 3. Rich de Vendel draufgesetzt. Also wer vom Cornuliersieger runter geht, der wird schon wissen warum. Er hat nämlich gesagt über Rich de Vendel, dass er im Besitz ist vom guten Amateurfahrer Garot. Dass das das beste Pferd ist, das beste Montee-Pferd, das er je in seinem Leben geritten hat. Und wenn er vom Cornuliersieger runter geht, dann weiß man auch, warum er runter geht. Dann noch ein kleines Pferd zu erwähnen. Paladin Bleu. Der soll sehr, sehr, sehr gut gearbeitet haben. Vier Eisen runter mit Mademoiselle Nathalie Henri. Also der wird vielleicht in die Dreierwette laufen. Aber mein Tipp ist Rich de Vendel. Les Bourgeois, der setzt sich nicht umsonst runter. Dahinter meine ich Safety Quick, der wird diesmal vor. Quif de Villeneuve landen. Die sind ja beide noch im Amaric gelaufen. Und dahinter vielleicht Paladin Bleu auf drei. Also Rich de Vendel, die drei vor Safety Quick und Paladin Bleu. Ja, das war's mit unserer Sendung wieder. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für Sie bereit. Da geht es dann weiter mit Frankreich Tipps und England. Da ist ja zur Zeit Frost. Deswegen haben wir England mal nicht ins Programm genommen, weil man ja nicht weiß am Wochenende, ob die Rennen überhaupt stattfinden, die Hindernisrennen. Bis dahin, schaffen Sie was an. Tschüss. Stadt, segments lösst. Die ist durch die глаза. Jedwann witches des feines hollows, am besten zu sein. Da wird das Teil Mormons dieses Colleg Ex-Sie want.